Gute Nachrichten für die Meeresschildkröten. Die capverdischen Inseln im Atlantik sind weltweit auf dem Weg zum bevorzugten Ausschlüpfplatz für Carretta Carretta, die unechte Carrettschildkröte. Am Strand von Boa Vista gab es 2021 60 Prozent mehr Nester. Im Jahr 2021 registrierten wir 155.000 Nester hier in Boa Vista. Wir glauben, dass die capverdischen Inseln bald die größte Carretta Carretta-Population der Welt aufweisen werden. Aufgrund ihres Fleisches, ihrer Eier und des Schildpads wurden die unechten Carrettschildkröten intensiv bejagt. Früher haben die Menschen auf den capverdischen Inseln die Schildkröten gegessen. Aber in den vergangenen 20 Jahren hat sich viel verändert. Der Tierschutz ist wichtig und die Menschen haben verstanden, dass die Schildkröten Touristen anziehen. Auf den capverdischen Inseln sind Strände für die Schildkröten abgesperrt. Die Bemühungen der Vergangenheit machen sich jetzt bezahlt.